In so einem Koop-Game, glaube ich, war das? Ja, ja, irgendwas haben wir auf Steam runtergeladen. Keine Ahnung, ob der heute kommt, aber wenn er jetzt nicht langsam online kommt, dann denke ich nicht, dass er noch kommt, weil der meistens um 12 feiern geht am Wochenende. Und morgen ist er tagsüber bei mir, eventuell. Geht noch nicht fest. Ja, ja, klar, das ist mein Drama. Ne, der ist immer Samstag von 3 Uhr bis so 8 Uhr abends bei mir, bei Androm halt. Guys, I had one thing to talk to you about. I've been watching a pretty huge PvP-Video, and I've mentioned that calling... Warte jetzt hier, behind us, Target. Who? Oh no, man. Check him out. Okay, yeah, forget about him. Andy likes to kill naked people. Come on guys, let's go. Andi. Man, ja, wir haben noch mal hier. Yeah, calling heals ist pretty much useless in 6 versus 6 in higher situations. It's only things like attack, fallback, and all this stuff. Or follow me. So maybe we should just use in-game chat, like yells for it, and have key bindings for it. Why? Why? Uh, to not, uh, have this shit in teams. So, so. So, let's do this.